Ein herzliches Willkommen zurück in einer fremden Alien-Gegenwart. Oder auch nicht. So, interagieren. Gucken wir mal, was können wir machen. Drück doch mal drauf. Ja, toll. Hast ja wieder gut hinbekommen hier. Au. Aha. Translating Background Broadcast. Downloading Summary to Databank. Innerhalb einer ausgeliebten natürlichen Felsformationen ein Gebiet mit starker vulkanischer Aktivität. Mhm. Na toll. Ja nun, wenn ich da jetzt nochmal beigebe, passiert ja genau das gleiche, ja. Ja. Ja, irgendwie wohl. Hm. Tja. Also jetzt haben wir hier zwar so einiges herausgefunden, gesehen, aber so richtigen Aufschluss hat das Ganze hier nicht gegeben, ne. Die nehmen wir jetzt doch mal mit hier. Die violette Tafel. Vielleicht brauchen wir ihn nochmal irgendwo. Äh. War das jetzt das Teil? Achso. Ja. Ach, gerade schon. Was verlassen jetzt für ein Geräusch. Ach, ich will die Knarre. Wir haben hier ja nicht noch irgendwas. Hier ist auch wieder so ein Tor oder so, ne. Hm. Hm. Tja. Ja, das war. 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 Ja. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja. Ja, das war. 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 Ja. Ja, das war. Ja. 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 Ja, das war. Ja. Ja, ja. mal ein schönes kleines Bildchen nochmal. So. Hey! Und herzlich willkommen bei Stargate! Äh. Guck mal, der ist rein oder nicht? Ich würde sagen, wir speichern vorher mal. So, schauen wir mal hier. Was ist denn das hier? Uhu. Oh oh. Wopdiwopdi. Das Wifi-Stargate. Dabei voll gegen die Wand. Wopdiwopdi. Äh. Ne, irgendwie sind wir worden da. Die Emot ist 2000 Meter entfernt. Wo sind wir denn hier? Ja. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Mal gucken. Mal gucken. Oder sind wir die? Scheisse. 형... делать nur ... Words wimper. Ich versuche den... Ich versuche das so, dass es ein richtig ist. Das ist sehr. Nee. Ja. Hä? Sind wir auf dieser anderen Insel? Da oben ist doch das... Ist das die Insel, auf der wir schon mal waren? Nee, das kann nicht, oder? Ich war auch nie so eine Höhle, oder? Doch, das ist sie aber, oder? Na klar, das ist die, hier ist doch diese Brücke rüber... Oh! Oh, das ist das, was du Ding? Ich bin so fast... Na klar, das ist die Insel. Ja, das ist die. Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Habe ich die Höhle damals echt übersehen? War die da? Ja, das verstehe ich. Ach, schade, ich kann hier gar nicht reinpacken. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da jetzt vielleicht die Saatgut wieder reinpacken kann. Um... Was ist das? Äh, das Problem ist, ich finde jetzt im Moment nicht mal mir die Olle Höhle wieder. Doch hier. Ach, das ist ja ein Wahnsinn, war die Höhle damals echt hier? Ich hab die wirklich gar nicht wahrgenommen. Tja, wirklich kurios. Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt ja, dass wir uns hier zwischen beiden Welten hin und hier teleportieren können. Na, was ist das? Ich will mal in Welten zwischen den Inseln. So, wieder raus hier. Nehmen wir uns hier jetzt noch ein paar Sachen mit. Dann hauen wir hier ab. Also, wir haben das, was wir auf jeden Fall sehen. Wir sind hier. 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 Oh Mann, jetzt geht das Gesuch hier wieder los, ne? Ich glaube, da unten mussten wir hin. So, hier. Dann mussten wir, glaube ich, hier wieder rechts. So, hier. So, das hätten wir geschafft. Jetzt mal wegen uns wieder hier. Können wir hier noch einmal ganz kurz reinschauen. Hier durch Zufall jetzt irgendwie noch gleich so ein bisschen Erz hängt, was wir noch mitnehmen können. Da ist zum Beispiel noch ein bisschen was. Nehmen wir hier mal mit Lithium. Hier haben wir noch ein bisschen. Und mal ein Kristall. Noch ein. Da haben wir noch ein bisschen. Hier ist nix mehr. Dann gibt's hier unten jetzt noch irgendwas. Jetzt hier ist schon wieder Geräusche, Ali. Können wir scannen. Jetzt mal scannen hier. Hä? Baumägel. Baumägel. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Problem ist ja, wenn ich mich hier jetzt verlaufe, ne? Ich komme gleich nicht mehr nach oben. Ich sehe keinerlei Sauerstoff mehr. Hier geht es ja noch tiefer. Oh. 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 Krönen Busch. Bootschirm. Können wir auch noch mal kurz scannen. Da können wir auch noch mal kurz scannen. So, und dann würde ich sagen, müssten wir so langsam zusehen, dass wir wieder rauskommen, wahr? Und damit bänden wir unsere heutige Folge auch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.